2000 Zuseher in der Saturn Arena sollten am Ende Zeugen einer Sensation werden. Der Erz-Ingolstadt empfängt Frölunda Göteburg, bedeutet den Vorjahresfinalisten der Champions Hockey League. Ein echtes Top-Team, das heute im Tor mit Gustavsson beginnt und Joel Lundqvist, der sollte gleich bei der ersten Situation in Erscheinung treten. Nämlich Powerplay in Minute 2 für die Gäste, dann wird die Scheibe abgefälscht und dann ist Lundqvist gleich mal zur Stelle, das 1 zu 0 für Göteburg. Zunächst hatte Abbott seine Finger im Spiel, dann wurde der Puck abgefälscht von La Liberty und Lundqvist bezwingt Pinmeier durch die Hosenträger. Zu Beginn viel Respekt bei Ingolstadt zu spüren und Frölunda ist eiskalt vor dem Tor, das 2 zu 0 durch Lechkonen. Keine Chance zu Beginn für die Deutschen, die Gäste aus Schweden machen kurzen Prozess und Pinmeier ist wieder geschlagen. Im Moment eine ganz schwierige Phase für den EMC. Der schlägt dann aber zurück in Minute 12 durch Alexander Barter, der verkürzt auf 1 zu 2 in einer Phase, als er sich nicht unbedingt angedeutet hat. Ja, weil Großteile des ersten Drittels Frölunda kontrolliert und dann vermeintlich zum dritten Treffer kommt, aber dieser wird dann aberkannt. Weil Abbott hier im Torraum abseits steht und richtigerweise zählt dieser Treffer nicht.